Am Pranger wurden im Mittelalter Ehrenstrafen vollzogen, so musste beispielsweise ein Bäcker, der zu kleine Brötchen gebacken hatte, dort ausharren. Richtige Verbrecher wurden am Pranger nicht zur Schau gestellt. Nachgewiesen ist aber genau genommen nicht der Pranger, sondern ein Halseisen am Rathaus, die sogenannte Schnapp. Die Geißböcke am Brunnen sind nicht zufällig hier. Sie geben den Bürgern Anweilers ihren Spitznamen. Die Legende sagt, dass die Anweilerer Stadtwache bei einer Belagerung Ziegenfälle übergezogen hatten und so auf der Stadtmauer auf- und abliefen. Die Belagerer glaubten, dass ihre Stadt noch über ausreichend Nahrungsmittel verfügte. Die Belagerer wurden so getäuscht und brachen die Belagerung ab. Und die Stadt Anweiler bleibt dieses Mal von Plünderungen verschont.